Moin moin Achievement Hunter, wir sind im Spinnenviertel in Naxxramas für Witwenjäger. Dafür müssen wir die große Witwe Ferlina töten, während sie in eine Raserei oder ohne dass wir eine Raserei bannen. Wie kann man diese bannen? Der Boss geht regelmäßig Enrage und dann macht er mehr Damage und wenn man einer von den Wachen, die hier mit im Kampf sind, töten würde, würde man das Ganze bannen. Das Ganze könnte funktionieren, indem man den Boss sofort instant umhaut, ohne eine der Wachen zu töten. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Also habe ich es einfach so gemacht, ich habe den Boss angehittet und habe gewartet. Ihr seht, ich habe da einen DBM-Counter, entsprechend empfehle ich euch, DBM zur WLTK-Counter zu laden, dann habt ihr diese Timer auch. Und ihr seht, Raserei hat CD. Ich warnte einfach, bis diese CD abgelaufen ist, bis diese Olga einfach groß, rot und böse wird und dann klatsche ich mit Single Target sie alleine um. Das ist ganz wichtig, wie gesagt, keinen ihrer Buddies töten, denn wenn ihr einen der Buddies tötet, dann würdet ihr das Ganze aufheben. Vielleicht kann man die Buddies auch vorher killen, ich weiß es nicht, habe ich nicht ausprobiert. Ich habe einfach gewarnt, bis sie rot und böse wird und dann habe ich sie umgehauen. Das ist alles, was ihr für den Erfolg macht. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Nachmachen. Jetzt ist es soweit, ich brauche sie nur noch umhauen mit Single Target Damage und wünsche euch viel Erfolg beim nächsten. Und wir sehen uns dann auch gleich beim nächsten Achievement. Euer Susako aka Leroy und damit sage ich Tschüssikowski. Bis gleich!